Hallo NES-Freunde und NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mario Time Machine. Marios Time Machine am NES, am NES deswegen, weil es gibt es theoretisch auch für den Super Nintendo. Aber warum sollte man so etwas auf den Super Nintendo spielen, wenn es das ganze Zeug auch auf dem NES gibt? Jaja, das sind Fragen, Fragen über Fragen. Interessant ist dabei, dass der Super Nintendo vor dem NES-Titel erschienen ist, finde ich ganz interessant. Super Nintendo-Titel ist ein Jahr früher als das NES-Games erschienen, war so erfolgreich am Super Nintendo, haben sie sich gedacht, das machen wir auch für den guten alten NES. Ich glaube, das war nicht ganz so, aber egal, bevor ich jetzt so ewig noch quatsche, wir schauen uns heute keine Covers an, wir schauen uns heute keinen Wikipedia-Artikel an, denn ich nehme diese Folge schon zum zweiten Mal auf und habe wenig Bock drauf. Recht wenig Bock auf Marios Time Machine, das hat Gründe, das hat Gründe. Ich habe das super vorbereitet mit Wikipedia-Eintrag, bla bla, was sagt die Wikipedia dazu, wie schaut das Rückcover aus. Aber ist eigentlich alles komplett irrelevant, komplett egal, weil das Spiel ist mehr mehr nach einfach Schrott. Ja, ja, Mario Smithing fand ich ja ganz gut, dass es ähnlich ist von der Art her, ich denke, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auf derselben Engine aufbaut. Und wahrscheinlich sitzen genau, oder saßen genau die gleichen Hensis dran, wie an diesem Spiel hier. Gut, wir sind hier mal gelandet, das ist der Anfang des Spiels, ja, es ist alles in schwarz-weiß, außer dieses Bild im Hintergrund, schaut eigentlich nicht so lässig aus. Einzig Mario, der sieht aus wie ein Super Nintendo, das ist natürlich hübsch, aber ansonsten schwarz-weiß und so, naja. Ja, das wollte man, hat man sich gedacht, ja, Zeitreise und so weiter, da machen wir das ganze Zeug in schwarz-weiß und dann wissen die Leute irgendwie kommuniziert, dass es sich um die vergangenen Zukunft handelt. So, da, hier sind wir mal, also man kann hier in die Türen reingehen, um das zu erklären, man kann hier in die Türen reingehen und man kann hier in die Türen reingehen und man kann hier in die Türen wieder rausgehen. Ähm, und wenn man wieder reingeht, fängt man mehr oder weniger wieder von vorne an, was relativ leicht passiert, also man muss ja aufpassen, dass man nicht unabsichtlich rausgeht. Gut, dann, ähm, sind wir hier und wir haben keinen Schimmer natürlich, was wir zu tun haben. Hier ist ein, ich glaube, das ist die Zeitmaschine, die kann man nicht bedienen mit gar nichts. Und hier hüpfen einfach Koopas runter. Wir wissen nicht, wie man sie tötet, weil wir fangen ja erst an mit dem Spiel und, äh, ich versuche mal so einen Koopa auf den Kopf zu hüpfen. Ihr werdet sehen, es passiert gar nichts. Man kann so einen Koopa nicht auf den Kopf hüpfen. Äh, es geht in jedem verdammten Mario-Teil, kann ich so einen Koopa auf den Kopf hüpfen und er ist tot. Oder zumindest einen seinen blöden Tanzer und ich kann ihn durch Sonn und Mond ballen. Das geht hier nicht. Es geht auch nicht hier mit raufdrücken, ich zeige euch das mal. Es geht auch mit raufdrücken nicht, dass er mit diesem Drehsprung, der einfach alles wegbrezelt, in der Regel geht es auch nicht. Ähm, juhu, ähm, entspricht überhaupt nicht der typischen Mario-Physik. Keine Ahnung, warum er hier so einen Bruch gemacht hat. Man kann hier auch nicht rein. So, und ich habe jetzt aber rausgefunden, dass man die tötet, man muss nämlich von unten drauf hüpfen, auf das Zeug. Äh, dann sind wir hier so kurz gelähmt und danach laufe ich dagegen. Okay, das kann ich dann beim nächsten auch noch machen und dann denke ich mir, ach, das Spawnen einfach unendlich viele, ist ja urzach. Äh, nein, tun sie nicht, das Spawnen nicht unendlich viele, sondern genau drei und der dritte hinterlässt so etwas. Äh, woher soll man das wissen? Ich habe nicht nur zwei gekillt, ich denke mir, was geht hier, ist sauber. Auch geht ins nächste Level und da ist genau das gleiche passiert, aber man muss alle killen und dann kriegt man einen Apfel. Ich habe keine Ahnung, warum ich einen Apfel bekomme, aber ich nehme mir einfach mal, indem ich runterdrücke und ich bekomme auch noch den Investor hast du einen Apfel geschnappt. Ah, geh, wirklich, okay, ich habe jetzt also hier diesen Apfel. Ähm, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen sollte, ich konnte ja vorher nicht in diese Röhre rein, aber jetzt mit dem Apfel in der Hand kann ich rein. Nein, es gibt keinen Sinn, ist die gleiche Röhre wie vorher, aber ich habe einen Apfel, doch mit Apfel kann ich reingehen. Und jetzt wird mir hier die Zeitmaschine aktiviert und ich kann hier herumreisen in der Zeit. Ähm, ja, ich kann das so weiterdrücken und nehme meine Zeit, ich nehme meine diese erste und kann jetzt hier ganz lästig reinschneiden, du meine Zeitmaschine. Die Animation ist gar nicht mehr so schlecht gemacht und dann bin ich hier und habe, so wie bei Mario ist Missing, genau hier wieder, oben ist das ein Fragezeichen-Bock, mit dem ich Leute befragen kann. Dann, keine Ahnung, was dieser blöde Apfel sollt und ich habe die Zeituhr und habe auch keine, ah, okay, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal, aha, ich fange hier an und arbeite mich in die Zukunft vor. Okay, interessant, das wusste ich bis jetzt noch nicht, habe ich mir was dazu gelernt, juhu. Auf jeden Fall sind hier diese tollen, hässlichen Zeituhren hier, ich nehme meine Ahnung, das sind Zeituhren und auf die kann ich zum Beispiel draufhüpfen und sonst nichts, glaube ich, ich kann von unten dagegen hüpfen, bringt auch nichts. Aber dann gibt es hier Zeituhren, die ein bisschen eine andere Farbe haben und die kann ich drehen und wenn ich sie sich drehen, dann kann ich auch durchhüpfen. Und dann gibt es hier einen Infoblock und da kann ich mir jetzt eine fette Info zu fetten Dinosauriern holen und ja, juhu. Wir wissen, woher das Wort Dinosaurier kommt und freuen uns, wir haben was gelernt, wir wissen, woher das Wort Dinosaurier kommt. Okay, und jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, mehr ist es nicht. Oh, jetzt will mich der hier tauern und schafft es aber nicht, weil man mich nicht töten kann. Okay, hier im Hintergrund ist ein Dino, freut mich sehr, Preiselbär, da ist so einer, jetzt kann ich es mal wieder auf den Kopf hüpfen, den Cooper, ging ja vorher nicht. Ja, das ist Logik Null, einfach, einfach, einfach keine Logik. So kann ich den, gut, ich brauche jetzt nicht diesen Apfel, irgendwas muss ich mir diesen Apfel machen. Und jetzt kommt der Vogel und nimmt den Apfel weg. Okay, so weit habe ich es auch noch nie gespielt. Okay, der Vogel hat den Apfel weggenommen. Und habe ich jetzt noch einen Apfel oder ist der jetzt weg für immer? Der ist jetzt weg für immer. Gut, also gut, schlecht, ich weiß es nicht so genau. Da ist wieder der Heinze, da nimmt es mir wieder im Kopf. Ich weiß nicht, was der bringt. So, der, aha, da wollte ich jetzt eigentlich gerne durchgehen, ich soll das so Mist aufgedacht. Die Dinosaurier im Hintergrund hätten uns ruhig animieren können, die stehen da, wie es werden sie eingefroren. Wie ist der, ist jetzt vielleicht schon gekommen und die Dinosaurier sind kurz zum Aussterben? Man weiß es nicht so genau, ich glaube, eher nicht. So, gucken wir da mal weiter, holen wir uns den Infoblog. Und was haben wir da? Eine Info über den Tyrannosaurus Rex. Wenn der kommt, besser weglaufen und in der Hülle verstellen. Gut, hätte ich sonst nicht gewusst, wenn ein großes Tier herumstapft, die in der Hülle verstecken. Gut, wichtiger Tipp. Wichtig, noch ein wichtiger Tipp. Bla, 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 150 Millionen Jahre sind vergangen. Oh Gott. Wir lernen hier so viel, das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt gehe ich da rein und ein Dinosaurier geht auch rein. Ist es ein Dinosaurier? Was macht der? Warum geht der da rein? Und warum kann ich da wieder rausgehen? Und wo ist mein verdammter Apfel hin? So. Hm. Der Response hier, glaube ich, ist ein bisschen Unendlichkeit. Ich kann jetzt, wenn ich da jetzt auf das Fragezeichen gehe. Ähm. Findet mir das jetzt irgendwas? Kann ich jetzt mit dir irgendwie interagieren mit dem Fragezeichen? Nein, du haust mir einfach nur auf den Kopf. Gut, der haut mir nur auf den Kopf. Und kann ich da jetzt irgendwie weiterreißen mit dieser Ansicht? Nö, auch nicht. Gut. Ähm. Soll ich das jetzt noch weiterzocken ein bisschen oder nicht? Wie weit sind wir? 8 Minuten. 50. Ähm. Ja. Ich weiß, ich rante ja relativ selten übergeben, aber das nervt mich richtig, wenn ein Spiel inkonsistent ist. Überhaupt, wenn das für Nintendo ist, dann gibt es einfach kein Pardot. Die Jungs wissen. Die wussten schon damals, wie der Hase läuft, wenn man das macht. Und dann so ein Mist abzuliefern, das verstehe ich einfach nicht. Das, das entgeht meiner Logik. Das verstehe ich nicht. Das will ich auch gar nicht verstehen. Das will ich nicht verstehen. Gut, ich habe jetzt den Apfel geholt. Ich habe den Apfel wieder verloren. Ich weiß nicht, wo der Apfel hin ist. Und es ist mir auch verdammt nochmal egal, was los ist mit diesem Apfel. Denn das war es für mich mit Marios Time Machine. Heute gibt es kein Battle um Likes. Nein, das gibt es heute nicht. Und ich sage euch nichts, abonnieren bitte. Bla bla bla. Gibt es heute alles nicht. Weil ich mache jetzt einfach Schluss. Das reicht mir mit Marios Time Machine. Heute mal ein bisschen mehr Agro. Das letztes Spiel ich weiß. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Der war gut, oder? Gut. Tschau Leute. Das war es. Ich bin raus.